So ihr Lieben, heute ist es wieder soweit. Deutschland spielt und zwar gegen Algerien diesmal. Wollen wir mal hoffen, dass Deutschland wieder gewinnen tut. Amy hat wieder drei Sachen zur Auswahl. Einmal Algerien, unentschieden Deutschland. Wollen wir mal schauen, was Amy meint für heute gewinnen tut. Amy? Okay. Hier nicht. Gute. Dann schauen wir mal. Amy sagt eindeutig Deutschland. Und gucken wir nochmal die anderen beiden an. Das wäre es unentschieden gewesen. Und das wäre Algerien gewesen. So, und wie wir sehen, Amy meint natürlich, dass Deutschland gewinnt. Gell, Amy? Feine Maus.